Meine Freundin hat mir Nervorigen empfohlen. Wenn ich solche stressigen Phasen habe, gerade im Job und die Pflege meiner Eltern, dann unterstützt mich das sehr, dass ich Nervorigen nehme und es macht mich ausgeglichener. Ich bin entspannter und das tut sehr gut, um wieder konzentriert zu arbeiten. Das ist ein Präparat ohne Nebenwirkungen, man ist wirklich nicht down, also man hat auch nicht irgendwo so einen Hangover-Effekt. Es ist sehr unterstützend, es ist sehr stabilisierend. Ich habe einen ganz anderen Elan und das ist was Wunderbares, wenn in der Körper wieder eins ist mit dem Geist und wenn man spürt, dass man wirklich Freude auch hat. Freude am Leben, das ist ganz wichtig und das mag ich sehr. Fertig. ENDE Fertig. K